Hallo, mein Name ist Bente Grund, Berufsberaterin bei der Arbeitsagentur in Neumünster. Am 1. September lädt die Jugendberufsagentur zum Aktionstag Ausbildung von 10 bis 15 Uhr in der Brachenfelder Straße 45. Wer noch einen Ausbildungsplatz oder einen Freiwilligendienst sucht, kann sich hier bei über 20 Ausstellern informieren. Außerdem bieten wir MINT-Workshops an zum Thema Berufe für Klimaretter und Klimaretterinnen. Zudem habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Berufe interaktiv über unsere VR-Brillen kennenzulernen. Zudem bieten wir MINT-Workshops an zum Thema Berufe für Klimaretter und Klimaretterinnen. Wir freuen uns über euren Besuch. Bitte meldet euch telefonisch oder per E-Mail an.